ja ich höre spinnen ich habe zombies ich höre alles alter ich kann nicht mehr ich will auch was mit dem handeln aber ich habe keines markt weil sie brauchen wir den sticks trader der sticks trade ist ich habe einen schlüssel gefunden also ich müssen erst mal noch ein villager nur der clown der fall vom dorf ja dann muss ich jetzt ein dorf wieder gehen habe ich gerade ein pickling ich habe einen pickling was machen du hier ich habe einfach gerade mein bürkensitz ich habe ein bürkensitz liegen gefahren dass wir immer noch den selben spornpunkt haben das war eine vernünftige ich muss mir mal so einen angelplatz bauen und dass sie mal da so immer angeln können wenn ihr was sehr kalt ein bisschen meine nippel sind steuer auf jeden Fall gut zu wissen ich glaube hier wäre gar nicht mal so schlicht und dann gucken wir mal wo wir da rauskommen es gibt ja jetzt die automatische werkbank nein was macht denn ruffy hier drinnen im nether aber zu kann man kann man kann jetzt ist also das ist der ich glaube das ist der selbe spot wie bei uns aber jetzt müssen muss den halt einer wieder reinschieben und wir haben macht das läuft ja wunderbar und er denkt von unserer tür da ist er komplett durch ja ich gehe kaputt hier was ist der denn der baby fährt gut raus scheiß auf das baby fährt ja der ist dann in dessen es kommt durch die wand gegründet an die dritte auf tims bett das war hier dann wieder zu machen ja ich hab die steinziegel kann mir die tür wieder reparieren habe ich auch achso der hängt doch schon ja der pennt einfach ja der pennt einfach da auch noch ihr könnt nicht schlafen ja achso jetzt können wir schlafen ja ja wir müssen das ist das ist das ist das der schläft auch neben uns ja 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 ne keine Ahnung was ah hier ist meine kotze any Das ist alles. Boah, ey! Buch, Alter, Gold! Darf ich auch ein bisschen mit den Tränen? Ja, super. Wollen wir mal ein Boot und klauen aus den Jets? In welche Richtung war noch mal das Villagerdorf? Nein, das ist arsch. Ah, gleich bin ich gleich hin. Präparatur, Köder 2. Holy moody, ist das scheiße. Oh. Na ja schon, wir haben gar kein Leder. Wufa... Sehr gut. Ich wollte doch einfach nur... Ich hab keine Ahnung, welche Richtung das Dorf war. Ja, warte doch. Den Beutel, Alter. Wut? Kühler 2. Du bist angeln gut. Ja, der mach doch mal. Wir machen Fischebrauch. Mach den einfach, Max, Ollo. Ollo, wo bist du? An der Base. Was? Also so an der Mauer. Ich mach mal kurz was ausprobieren. Ich hab mal kurz was probiert. Ich hab... Wartest du? Ich hab im unendlichen Emerald-Blitch gefunden. Ich kauf mir ein Buch von ihm, krieg ein Emerald immer mehr raus. Ja, außer er hat halt keinen Bock mehr. Was? Ja... Ich hab grad da keinen Bock mehr. Die Stimmpferd! Hm... Wer lärmst du, Digga? Da hast du die Fettnäcke gerade gestorben. Hier liegt jeder sogar. Ja, Fischgab. Das muss ich dir ansehen. Der macht das jetzt für sechs Bücher. Irgendwas. Was? Der ist ja schon fast noch einer mit höher. Tienenbeutel. Hallo Biene. Ja, hallo. Der ist auch noch nicht fertig. Cool, wir können uns ne Uhr kaufen. Ja, immer noch Sonnenuhr. Der Honig ist schon hier fertig. Könnte man den Löffel abzapfen. Den möchte ich ja abbauen, den Honig. Also nehmen. Ja, aber noch nicht. Ach stimmt, wir können bei den Namensschildern kaufen, ne? Ja, so gut. Warte halt, wo bist du du? Ja, warte ich nur kurz. Gerade Sand. Oder haben die Glashose? Glasflasche. Wir hatten noch irgendwo Glas, oder nicht? Ja, doch 23. Ja, dann brauch ich kurz die Glasflasche. Glas. Rotatatatatata. Ja. Ist Glas gefunden. Ja, wie, wie, äh. Teil Loire, lass ich jetzt sagen, oder? Zack, zwei, zwei. Bartz. Skid ab. Ich hoffe, ich kann mit dir auch irgendwann mal handeln. Entladung? Was denn, Entladung? Äh, für den Dreizack. Läu. Läu. Die Bienen hocken direkt bei uns, oder was? Ich weiß aber schon, wenn du das Feuer jetzt da lässt, dann gehen die da nicht mehr rein, Teil Lander. Ja. Ja, ich hab keinen Silktatsch, um das nochmal wegzubauen. Irgendwem Silktatsch, um das abzubauen. W-w-w-was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich krieg, ich krieg die Krise her, wirklich, ey. Ich hab ne Honigflasche. Ey, wir entspannt, ey. Er hat ne Honigflasche, hast du das nicht gehört? Äh, da ist Bienen draußen. Ja. Ach, das war gar keine Silktatsch. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, Digga. Ich hab jetzt Kohle, Holzkohle. Ja, komm, Tyler. Wir gehen jetzt. Villager. Ich zeig dir jetzt, wo die Villagers sind. Villager. Kommt her. Warte, ich muss kurz noch sortieren. Birkensetzlinge. Pflanzen. Und ich komm zurück. Ich hab extra ein Boot auch noch mitgenommen. Ja, hast du extra. Nur weil ich... Brr... Boot. Bratatatatata. Bratatatatam. Bratatatam. Wo lang? Geradeaus. Rechts. Links. Du sollst ans Land fahren. Ach so. Er schafft das Wasser einfach dann auch. Trinko Bills. Trinko Bills. Trinko Bills. Trinko Bills. Trinko all the way. Jetzt bin ich schon doof. Sekar, ich muss sofort weg. Lass es an mir. Ähm... Ich will dich schnapp-bullieren. Ich will dich schnapp-bullieren. Ha. Wenn man jetzt eigentlich sich so einen Teich anlegt, können da auch Oktopusse spawnen. Ich will dich schnapp-bullieren. Ähm... Nur, finde ich. Ach, es sind ja zwei Villager am Boot drinne. Ich wollte nur einen. dort ist noch gar nicht irgendwie in der mache das stimmt ja das stimmt doch nicht wenn ich den so so ich hab ein villager entführt vom dorf haben zu denen da draußen stehen sondern kommt vorbei und er weiß ich eine hälfte raus dann ist er weg das decken lecker villager dann wird er aber zum 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 dorfbewohner könnte man den eigentlichen wieder kriegen wir billigere preise also nur der der den auch verzaubert richtig wohl das reparaturbuch nicht für 1 wir können jetzt diese zwei villager immer vermehren frage ist die griechel jetzt hoch und da ist kein strich durch deswegen würde ich da gerne dann nochmal auch ein zwei mann 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 ist das hier vielleicht snackt er sich jetzt in der nähe zum bett der villager wenn ich ihn jetzt frei lassen ja das ist leider gut das sieht schon geil aus weiter im snit wie im bett hallo pferd was geht ja das springt auf jeden fall gut das ist ja schon wieder ins ohr grünen einer kommen die her müssen doch hier irgendwo her kommt der villager kommen ach mann hätten da jetzt den baum stumpf abgebaut von den bienen ist ja voll assi ich hab nix abgebaut ich hab wirklich nix abgebaut oh mein gott was ein Tommy bitte so die wird ja wenn ich geb euch wieder an die baumstufe guck mal kurz umland ersetzt zum scalets die müssen doch ach die sind hier hau rein weil hier ist ja irgendwo ja ohl noch schwelle da kommen sie da kommen sie alle und Ja, sind die Villager kaputt? Aha. Oh Gott. Ja, warte doch, Villager. Ja, Creeper. Ah ja, nie, geh weg. Alle, ich hab keine Zeit vor euch, geh weg. Oh Gott. Oh Gott. Okay. So, Villager Nummer 2. Oh, ich hasse dich, du scheiß. Nein! Wir müssen echt mal alles ausleuchten hier, das kann so nie weitergehen. Ja, wie viele Creeper sind denn hier, bitte? Oh, kein Fackeln mehr. Hm. Dann bauchsch mir mal wieder welche. Sorry, jetzt müsste eigentlich hier keiner mehr spawnen. Äh... Oh, mach mal. Am... Oh boy. Wunderbar, dass sie immer so nah an unserem Geräusch waren, Alter, wie die hier die ganze Zeit bohren, ey. Ich hasse Baby-Zombies. Kann nicht so unterstreichen, ja. Ja, ich treff den einfach nicht, den scheiß Baby-Zombie. Ich hab mal hinter unserer Base ein bisschen ausgeleuchtet. Ja, ist gut. Also ich bin auch gerade dabei. So. Machen wir hier jetzt mit dir hier noch? Ja, mit den XP. Oh, das ist irgendwas. Oh, das ist irgendwas. Oh, scheiße. Was denn? Wurde vom Endermen erschlagen. Warte, Vater, Alter. Was ist er denn? Macht er einen auf Raserei hier einfach. Dreckiger. Alter, das sporte einfach in mein Gesicht rein. Scheiße. Was sitze. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, aber den machen wir ja, wie gesagt, erst mal zum Zombie. 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 Hier ist noch ein Bienennest. Ja. Ja. Du kannst ja dem Zimmer Danke sagen, ne? Der hat deinen automatischen hier repariert. Was denn passiert mit dem? Der war gar nicht fertig. Ja. Ja. Und war dann noch... Also hat das funktioniert. Ja, für einen, aber nicht für alle. Ich dachte... Ich dachte... Ich habe da überall da Redstone dran gemacht, dass das dann... Aber das hat die anderen nicht getriggert. Top. Ja. 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 Oh, ich hab wieder was Fähes mitzunehmen. Ach, der Tim ist gar nicht mehr da. Ach, das ist alles stumm. Ist der Villager dumm? Bist du irgendwie dumm? Ja, ich wusste nicht, dass das ein Loch ist. Villager, ich fang dich. Alter! Ach, da ist er doch. Such dir einen Job-Villager. Bist du irgendwie komplett behindert oder so? Ach, Alter, ich hasse dich. Dich und deine ganze Familie. Ja, warum haut ihr euch? Warum haust du den Villager? Ich hau den nicht, bist du dumm? Ach so. Keine Ahnung, was der ganze Zeit abgeht bei euch. Der Villager. Ach guck mal, Kohle fürs Markt. Bitte da. Ja. Das ist Kohleform. Der Kabeljau-Eimer. Okay. Das ist...